Man werde in der Sitzung schrecklich streiten und dann berichten, dass man in einer konstruktiven Sitzung einen schwungvollen Neuanfang gemacht hat. So sah es jedenfalls ein Sitzungsteilnehmer vor Beginn des Krisentreffens beim Team Stronach. Das mit dem Streiten wollen wir einmal glauben, das mit dem konstruktiven Neubeginn noch nicht. Die Sitzung dauert nämlich immer noch an. Hier in den Klubräumen des Team Stronach soll sich heute die Zukunft von Katrin Nachbauer und wohl auch die Zukunft der Partei entscheiden. Nachbauer will Klubchefin bleiben, ist aber aus dem Team Stronach ausgetreten. Bei der steirischen Landesgruppe ist sie noch dabei. Ob das ihren Parteikollegen reicht, wird sich weisen. Einige der Abgeordneten haben bereits angekündigt, dass sie mit einer parteilosen Klubchefin kein Problem hätten. Ein anderer Teil fordert einen Neustart mit einem starken Mann. In die Sitzung hat sich auch Frank Stronach per Telefon aus Kanada zuschalten lassen. Ob das die Entscheidungsfindung erleichtert hat, ist nicht bekannt. Und diese Sitzung dürfte sich jedenfalls dem Ende nähern. Und eines ist schon durchgesichert. Katrin Nachbauer wird vermutlich Klubchefin bleiben. Alle Details dann um 19.30 Uhr in der Zeit im Bild.